Er hat's getan? Er hat mich umgebracht! Todeszeitpunkt war gegen Mitternacht. Sie haben hier also gestern Abend noch geprobt. War der Herr Nubak auch Schauspielschüler? Herr Regisseur. Theaterregisseur. Alles okay? Ich werde dafür sorgen, dass du keine Angst zu haben brauchst. Das ist Evo. Wir schaffen das. Er hilft Leuten, die Prüfungsangst haben. Deshalb war ich bei ihm. Ich hab gesehen, wie zwei von denen sich gestritten haben. Und ich mach dich fertig, du perverse Schwein, ist auch ein ganz bekanntes Zitat von Shakespeare. Ivo war uns erfreut. Ich weiß auch nicht, wovon Sie reden, Herr Wachtmeister. Davon, dass ihr uns die ganze Zeit schon verarscht. Das würden Sie merken. Wir sind Schauspieler. Es gibt Spiel und echtes Leben. Ohne mich bist du ein Niemand! Ivo hat meine Sessions aufgezeichnet auf Video. Werde ich endlich mal! Da war ziemlich viel Persönliches drauf. Was hat er mit dir gemacht? Das ist meine Sache, Tom. Das ist mein Dann. Das ist meine Arena. Das ist mein Jahr. Ich bin Praise. Das ist mein Name.